Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja liebe Community, auch ich mache Urlaub. So das heißt vom 4. November bis zum 15. November werden auch hier auf diesem Kanal keine Videos mehr erfolgen. Das hat persönliche Gründe. Ich werde diese hier nicht erwähnen. Ich mache hier auf jeden Fall Urlaub und werde dann auch nicht da sein. Alles was produziert wird, nebenbei so, ist dann mit unter anderem dann Vorproduktion im Gaming-Bereich, wenn überhaupt. Ich werde mich auch zurückziehen, weniger auch Kontakt haben mit Leuten. Das hat Gründe. Möchte ich einfach auch nicht sagen. Auch ich brauche mal so ein bisschen Zeit für mich und kann da auch gezielter für mich mal mehr sorgen, noch mal mehr und auch mehr für meine Gesundheit auch sorgen. Ja, es ist halt Fokus. Ich bitte um Verständnis und auch davon abzusehen, irgendwelche Kommentare hier abzudrücken, wie ich jetzt hier aussehe und ob dafür jetzt Geld da ist oder nicht. Das geht in der Regel auch niemandem was an. Das möchte ich jetzt hier auch noch mal kurz dabei erwähnen. Woher ich das mache, wie ich das mache oder woher ich was beziehe, geht hier auch niemandem im Prinzip was an. Das ist einfach hier so Staat Dänemark. Nochmal gesagt vom 4. November bis zum 15. November bin ich nicht da. Von offizieller Sicht, wo ich dann bin, ist irrelevant und auch damit nicht von Wichtigkeit. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und genießt die Zeit und sage mal dann bis dann. Ciao, ciao, euer Agent.